Hallo, Ibnz, als Moderator. Also, die Älteren unter euch werden jetzt wahrscheinlich denken, machst du halt das mit dem los? Die jüngeren wissen, wobei ich spreche. Denn Ibnz ist zum Jugendwort des Jahres gewählt worden. Ja, jetzt fragen Sie sich bestimmt, wie sah das denn in den letzten Jahren aus? Nun gibt es ein Quiz über den Langang des Adressants, präsentiert von Bernice Epil. Viel Spaß haben Sie! Applaus So, hallo, ich heiße ich noch hin, so an euch alle auch herzlich willkommen zu dieser kleinen Show von mir und meiner Leitz- und Klasskamerad von Bernice. Allerdings bräuchten wir für die Durchführung zwei Lehrkräfte, die uns unterstützen bei diesem Quiz. Herr Römer! Herr Römer! Haben wir gedacht, vielleicht unser Deutschlehrer Herr Beutel. Hallo. Und dann vielleicht noch an Herrn Fleick, falls er ebenfalls anwesend ist heute Abend. Applaus Sie können beide erstmal passen. Nehmt. Also, wir haben ein Spiel verbreitet. Und zwar befinden sich in dieser Box ungefähr zwölf Zettel, auf denen jeweils ein Jugendwort steht. Und es geht darum, diese Wörter so gut es geht zu definieren, falls Sie nicht wissen, was sie bedeuten. Sprich, wir ziehen vielleicht ein Wort aus dieser Box. Sie haben 40 Sekunden Zeit, die Wörter zu definieren und am Ende zu erklären. Und wer auch immer am nächsten an der richtigen Definition dran ist, tippt den Punkt. So weit ist er einfach. Und dann kriegt Ehre und Anerkennung. Verstanden? Können wir anfangen? Wer möchte das erste Wort? Können wir versuchen, es vorzuliesen? Beef, Substantiv. Das erste Wort, Beef. Ein Substantiv. Zeit beginnt jetzt. Ja. Ein bisschen Auslosigkeit macht sich frei. Bei Half-Life sieht ich schon mal besser aus. Kann noch ein bisschen kontemplieren. Erst mal. Ich kenne Sie das englische Wort. Oder nicht? Ja, Sie haben noch gut fünf Sekunden. Ein bisschen schneller, Herr Beutel. Sie werden den Satz noch fertig machen. Fertig? Ich gehe zu den Hüten. Ich möchte Sie beide mit uns einmal vorzuliesen. Wir fangen mit Herrn Beutel an. Ich kenne das natürlich nur so aus meiner Jugend. Where is the beef? Oder so. Und ich so. Wo geht was? Können Sie aus meiner Jugend sein? Mit krassen Ärger oder Stress mit jemandem. Tatsächlich? Richtig. Damit geht der erste Punkt an Herr Fleiger. Das nächste Punkt. Squat. Wir halten es gleich mal hoch. Schreibweise Squat. Ein Substantiv. Wir können ab. Herr Beutel, Sie müssen schneller schreien. Sie sehen ja, dass es ein Jugendblond ist. Herr Fleiger scheint sehr zuversichtlich auf jeden Fall. Kann man sich auch nicht vergehen lassen. Dann lassen wir das Publikum abstimmen. So, die Zeit ist um. Wir beginnen wieder bei Herrn Beutel. Wieder bei mir. Wir können aber ja gleich beginnen. Hausbesetzung habe ich. Also wenn es mit T wäre, dann wäre es doch so eine Fitnessübung. Ja. Wuhuuu. Also die Fitnessübung wäre falsch gewesen. Aber Hausbesetzung ist auch nicht viel richtig. Ja, aber wenn die plakatiert haben, dann hat gut, hier Deutschland sucht das Supersquat oder so, wenn sie rollen. Das wäre dann Herr Beutel zu Wort schon. Ähm. Als ich mir tatsächlich gar ein wenig einig habe, dann dachte ich, come to my squad, come to my gang. Also das Wort ist twerken, ein Verb. Also für die Leute, die es hier nicht hören, weil sie nicht seit vorne sitzen, Herr Fleiger meinte gerade, falls er den Punkt gewinnt, muss der Beutel es vormachen. Damit beginnt die Zeit jetzt. Ja, versuchen Sie jetzt mal, das zu definieren. Sie können es auch zeichnen, wenn es leichter ist. Oder selber vormachen. Also wer es selber vormacht, gibt zwei Punkte. Kupfer! Werdeck? Sehr gut. Dann fängt diesmal wieder Herr Beutel an. Okay, also ich dachte, so worken, also so work out, ein getanztes work out. Es geht in die Richtung. Fangen wir mal. Ja, also du musst halt mit deinem Hintern so hoch und hoch. Okay, also du musst halt mit deinem Hintern so hoch. Ach, also du musst halt mit deinem Hintern so hoch und hoch. Er ist nicht so hoch. Er ist nicht so hoch. Die Entscheidung ist, Herr Beutel, was haben Sie gezogen? Facepaw. 40 Sekunden ab. Jetzt. Ja, beide haben eine ähnliche Tendenz auf jeden Fall schon mal. Wer Englisch kann, ist genau ein Vorteil. So, Herr Beutel ist fertig. Herr Fleick fühlt sich noch ein bisschen aus. So, wir wenden das Ganze. Herr Fleick, dann können Sie direkt beginnen. Ja, also die Hand muss so vors Gesicht machen. Also, wenn du dir die Hand so vors Gesicht hängst, weil man ein Peinliches gemacht wird. Vor Scham, ja. Scheint zu stimmen. Was sagt der Beutel dazu? Ähm... Ich glaube, dass es stimmt. Weil die Herleitung läuft bei mir schnell die Sichtmaske mit Palmöl. Das ist auf jeden Fall sehr kreativ. Sehr kreativ, aber der Punkt geht leider an Herr Fleick, womit es auch der Sieger des heutigen Abends ist. Das war's für uns. Dankeschön. Das war's für uns. Dankeschön. Ja. Ich weiß nicht, nein, du verpasst nicht. Das war's für uns. Du hast ja tatsächlich süß. Ja, das war's ja. Das ist ja natürlich möglich. Das ist ja Jugendlich, ja. Ja, schon mit der Variante Gast da. Ja, so ist es! So, ich denke, die Nummer hatte wirklich alles. Erotik, Witz und nicht zu vergessen auch den Bildungsauftrag, gerade an Eltern und Lehrer. Wenn jetzt mal irgendwie ihre Kinder oder Schüler mal so unter sich reden, dann können sie auch mal einen flippigen Spruch raushauen, oh, das aber lit oder oh, faith palm oder so. Also der Bildungsauftrag kommt hier nicht zu kurz. Für die nächste Chanson, ich muss euch eine kleine Geschichte erzählen. Also, während der Rundonné der Klasse L-Journ, zwei Frauen waren sehr, 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 sehr. Aber sie haben nicht so, die Regeln des Mischof-Lewauter. Und so, Herr Wauter hat sie gefordert, weil sie in den Lack des Zitiers saufen, und der Prof. Wauter, malheureusement, Herr Wauter, ist nicht da. Wow! Oh! Très, très, très dommage. Malgré cela, voilà la Terminal L1 avec Coco Kaline. Die Spass! Sur la plage de Coco Kaline, ton corps s'y réveille, sous ce cœur de gîte à gîte, en baissé du noir. Dans tes yeux, Coco Divi, vient la pluie à la maison. Je te veux sous l'eau, Marie, au désir des âmes. Je te veux, Coco Kaline. Je te veux, Coco Kaline. Je te veux, Coco Kaline. Sur la plage de Coco Kaline, 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 sur la plage de Coco Kaline. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik 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 Applaus 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 So, jetzt gibt es 20 Minuten Pause. Zeit für Sie, sich von dieser Achterbahn der Gefühle zu erholen. Natürlich auch zu essen und zu trinken. Das basiert aber alles auf Spendenbasis. Diese Spenden gehen dann in die Abifinanzierung, sodass Sie auch wissen, was danach in die Umkehrt passiert. Ähm, ja, ich hoffe, dass Sie die Beine sind.